99 Genitiv Die Katze meiner Freundin Der Hund meines Freundes Die Spielsachen meiner Kinder Das ist der Mantel meines Kollegen Das ist das Auto meiner Kollegin Das ist die Arbeit meiner Kollegen Der Knopf von dem Hemd ist ab Der Schlüssel von der Garage ist weg Der Computer vom Chef ist kaputt Der Computer vom Chef ist kaputt Wer sind die Eltern des Mädchens? Wer sind die Eltern des Mädchens? Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern? Wie komme ich zum Haus ihrer Eltern? Das Haus steht am Ende der Straße Das Haus steht am Ende der Straße Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz? Wie heißt die Hauptstadt von der Schweiz? Wie heißt der Titel von dem Buch? Wie heißt der Titel von dem Buch? Wie heißen die Kinder von den Nachbarn? Wie heißen die Kinder von den Nachbarn? Wann sind die Schulferien von den Kindern? Wann sind die Schulferien von den Kindern? Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt? Wann sind die Sprechzeiten von dem Arzt? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum? Wann sind die Öffnungszeiten von dem Museum? Untertitelung des ZDF, 2020